Was geht vor Adelberg? Also, Wochenende stort vor der Tür, let's fetz! Ihr seid jung, brutal und gut aussehend, ja, denn haben wir was mit Farid Bang und Kollegen gemeinsam. Die Herren sind am Freitag in der Nachtschicht zu Gast, also ab in Gangstermode und ab 21 Uhr nach Hart. Und vom Kollegah zu Mina-Kollegah. In Dornbirn legen nämlich zwei ganz feine Jungs ganz feine Musik auf. Ab 20 Uhr gibt's am Freitag Davy Dan in der Simna Bar. Jetzt war's für alle Single-Ladies oder für dir, die sich außerhalb Appetit holen und doch um essen. Die California Dream Boys sind auf Ladies' Night Tour im Madhouse in Altach. Also, lohnt euch ab 21 Uhr vor heißen Boys umgarnen. Und Sinn der Oscherei führt Klapse. Ab Hilfe schafft es Better Than Therapy mit nicen Specials und bestem Beat. In der Otten-Gravur in Hohenems steigt ab 22 Uhr wieder die feinste Fete zum Gesundwürde. Und der Rauchclub hat was Feines im Gepäck. Liquid Drop heizt euch alle wieder so richtig eh. Also, ab 21 Uhr nach Felkirch und einfach mal alles um sich verkehrt. Und dope wird's am Samstag im Konrad-Zoom. Mit nicem Deep-Dubstep wird dort ab 22 Uhr euer Bewusstsein erweitert. In diesem Sinne, Hornsnergut und nix Verpasser hoch die Tassen.